Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um Dracula von Bram Stoker und welche Probleme ich damit hatte. Kurz zur Handlung, das Buch beginnt mit Jonathan Harker, der auf Geschäftsreise ist von London nach Transsilvanien, um dort Geschäfte mit einem gewissen Grafen Dracula abzuschließen. Und bei dem Leser aus dem 21. Jahrhundert schrillen da natürlich alle Alarmglocken, denn ihm ist natürlich sofort klar, um wen es sich bei Graf Dracula handelt. Jonathan Harker ist das allerdings gar nicht klar. Und das ist natürlich ein bisschen weird aus heutiger Zeit zu lesen, dass er da einfach so hinfährt, ohne da auch nur ein bisschen suspicious zu werden bei dem Namen Graf Dracula. Aber das ist natürlich auch völlig logisch, denn der ist natürlich für diese Geschichte erst erfunden worden. 100 Jahre später ist er nicht mehr wegzudenken und wir denken sofort an den Vampir aller Vampire. Aber das wusste Jonathan Harker natürlich noch nicht. Harker trifft dann auf Schloss Dracula ein und wir lernen Dracula erstmal als einen ziemlich normalen und höflichen Typen kennen. Aber mit der Zeit passieren so merkwürdige Sachen, wo man mal drüber nachdenkt, ob es eventuell irgendwas komisches mit dem auf sich haben könnte. Das ist allerdings nur die Einschätzung von Jonathan Harker. Meine Einschätzung war bei den Ereignissen, junge Alter, das sind doch eindeutige Anzeichen, dass das ein Vampir ist, Alter. Aber auch hier ist das natürlich wieder der Wandel der Zeit. Wir heutzutage wissen alles über Vampire und ich glaube, dass das damals vor knapp 120 Jahren eben nicht so war. Damals waren die Vampire noch viel mystischer, man wusste nicht so viel über die. Und wenn man dann halt einen Typen sieht, der nicht im Spiegel zu sehen ist, dann weiß man nicht sofort, das ist wohl ein Vampir, sondern man denkt sich erstmal nur, hm, komischer Typ. Und ich muss sagen, das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, dass einem da ein bisschen, beziehungsweise sehr viel oder sogar der komplette Grusel vorweggenommen wird. Diese ganze Situation mit Dracula und Harker ist in Tagebuchfassung von Jonathan Harker geschrieben. Das finde ich jetzt irgendwie gar nicht so schlimm, wie ich erwartet hatte. Es ist im Grunde einfach ein Buch aus der Ich-Perspektive. Aber nach ungefähr 70 Seiten gibt es dann einen Wechsel und wir sind plötzlich in London bei Jonathans Verlobter Mina, die eben sehr viel Briefe hin und her schreibt mit ihrer besten Freundin Lucy und noch so ein paar anderen Leuten. Und da ist tatsächlich wirklich das komplette Buch nur noch aus Briefen und vereinzelt mal noch Tagebucheinträgen von diversen Charakteren, was ich ein ziemlich gutes Stilmittel finde, vor allem, weil es eben auch den Zeitgeist gut widerspiegelt. Und das finde ich immer wichtig bei solchen Sachen. Es ist im Grunde so eine Art Zeitzeugnis dadurch auch. Aber auf Dauer ist es dann doch sehr anstrengend zu lesen, weil halt dadurch so Monologe von einzelnen Personen sehr viel länger sein können. Da kommt halt das einfach mal vor, dass seitenlang eine Person schreibt von ihrer Gefühlswelt oder sonst was. Und das ist auf Dauer dann schon sehr anstrengend und zäh und auch sehr viel sehr langweilig. Von der Handlung her ist es dann so, dass es eine Stelle gibt, wo es sehr lange sehr langweilig ist. Und dann geht es ein bisschen aufwärts und man denkt sich so, ah cool, jetzt fängt es an und jetzt wird es gleich bald richtig spannend. Aber das wird es leider nicht. Es fängt ungefähr so hier bei 0 an und dann geht es so langsam hoch und hoch und hoch und bleibt dann vielleicht ungefähr bei 10 stehen. Und man fragt sich so, hä, war es das jetzt schon? Kann der nicht gruseliger schreiben? Und dann denke ich mir wieder, naja, ist wieder mal der Wandel der Zeit. Das war vielleicht vor 100 Jahren scheiße gruselig, aber heutzutage würde ich dieses Buch im Ganzen niemals als gruselig bezeichnen. Und das sage ich als jemand, der ziemlich leicht zu gruseln ist. Auch das Ende hat mich zum Beispiel sehr enttäuscht, weil ich die ganze Zeit gehofft habe, bitte lass wenigstens das Ende nochmal ein fulminantes Finale werden. Aber nein, wurde es nicht. Das war scheiße. Naja, dann komme ich doch mal zu was Positiven. Die Charaktere. Die Charaktere haben mir richtig, richtig gut gefallen. Ich fand es zum Beispiel ziemlich cool, dass wir dieses Buch insgesamt aus der Sicht von allen Charakteren präsentiert bekommen haben. Und nicht nur aus der Sicht von einem. Denn durch diese ganzen Tagebucheinträge und Briefe hat die Erzählperspektive ständig gewechselt. Und das fand ich sehr interessant und auch ziemlich cool, denn die Charaktere waren ziemlich gut ausgereift, meiner Meinung nach. Da ist zum Beispiel die Mina, die ist, by the way, eine meiner Lieblingsfiguren. Unter anderem deshalb, weil sie für damalige Verhältnisse eine relativ moderne Frau war. Wir kriegen dort tatsächlich ein ziemlich krasses Frauenbild präsentiert. Denn da gibt es zum Beispiel den Satz von dem Doktor Vin Helsing, wie er über Mina sagt, Wow, sie ist eine wunderbare Frau. Sie hat das Gehirn eines Mannes. Und dieser Satz hat mich so schockiert, weil ich nicht gedacht hätte, dass die Frauen tatsächlich so wirklich als etwas dümmer angesehen wurden. Das hätte ich so nicht gedacht. Aber so sehr mich dieser Satz auch schockiert hat, so sehr hat es mich auch gefreut, dass die Mina da doch ein bisschen out of the box ist. Auch wenn nur ein kleines bisschen. Denn man kriegt immer mehr mit, dass sie dann sich eben doch nicht so sehr in dieses Frauenbild einfügen will. So gibt es zum Beispiel Situationen, wo die Männer alle sagen, so jetzt machen wir was gefährliches. Da kommst du mal lieber nicht mit, du als Frau. Und da will sie sich eben nicht so leicht einfügen lassen und widerspricht da eben so ein bisschen. Und auch wenn es eben nur so ein kleines out of the box Denken ist, hat mir das eigentlich schon ziemlich gut gefallen. Vin Helsing hat mir zum Beispiel auch sehr gut gefallen, trotz dieser Aussage über das Gehirn eines Mannes. Denn er ist eben so ein bisschen dieser verrückte Wissenschaftler, der mich zum einen so ein bisschen an diesen weisen Mann wie Dumbledore, Yoda, Gandalf erinnert hat. Aber eben auch so ein bisschen an Doc Brown aus Zurück in die Zukunft. Der eben so dieser verrückte Typ ist, der alles weiß und irgendwie alles ausprobieren ist und so voller Enthusiasmus und Eifer bei der Sache ist und alles ausprobieren will. Und da hat er mich so ein bisschen dran erinnert und das hat mir gut gefallen. Erstaunlich wenig schlimm fand ich zum Beispiel auch die alte Sprache. Man merkt definitiv, dass die Sprache eine Sprache ist, die vor über 100 Jahren gesprochen wurde. Aber ich fand sie nicht so schlimm, wie ich erwartet hatte. Sogar fast angenehm. Ich fand es irgendwie ganz schön, wie die Leute so höflich miteinander geredet haben und ihre Worte so wohl gewählt haben. Das ist irgendwie angenehm zu lesen, auch wenn es dann doch auf Dauer ein bisschen zäh wird. Aber so im Großen und Ganzen fand ich das nicht schlimm, sondern sogar fast angenehm. Insgesamt kann ich sagen, dass dieses Buch ganz interessant ist, aus heutiger Sicht zu lesen. So ein bisschen als Zeitzeugnis. Wir haben die Leute damals gelebt, geredet und was fanden sie scheinbar gruselig. Aber gruselig fand ich es, wie gesagt, nur sehr, sehr, sehr wenig bis eigentlich sogar gar nicht. Und schade fand ich zum Beispiel eben, wie gesagt, auch, dass da eben ein Bild über Vampire präsentiert wird, wie wir es aus heutiger Sicht eben schon längst kennen. Es gibt zwar heutzutage auch noch Vampirgeschichten, die erfolgreich sind, aber da wird nicht vorausgesetzt, dass man über Vampire davor noch nichts gehört hat oder nur wenig. Und das ist eben bei Dracula schon der Fall, habe ich das Gefühl. Und deswegen muss ich sagen, dass mir dieses Buch einfach nichts Neues gegeben hat. Es hat mich nicht gefesselt, es hat mich nicht gegruselt, es hatte keinen besonderen Spannungsaufbau. Aber das alles kann man, glaube ich, nur aus heutiger Sicht über dieses Buch sagen. Denn wenn es vor 100 Jahren nicht erfolgreich gewesen wäre, dann würden wir heute wahrscheinlich nicht darüber reden. Das heißt, ich glaube schon, dass das Buch damals, vor 100 Jahren, 120 Jahren, schon sehr gruselig, spannend und fesselnd gewesen ist. Und ich wünsche mir schon irgendwie, dass ich es aus der Sicht einer Person, die damals gelebt hat, hätte lesen dürfen. Ja, Leute, das war es dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir doch gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Habt ihr das Buch gelesen? Fandet ihr es spannend? Oder was haltet ihr von dem, was ich dazu gesagt habe? Würde mich interessieren, ab in den Kommentaren damit. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ruhig ein Abo oder einen Daumen nach oben da. Oder gleich beides auf einmal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.